Oh, jetzt geht es ab in die dunkle Höhle und der gute Kai hat sich ins Hemd gemacht, deswegen ist er jetzt nicht mehr dabei. Nein, das stimmt nicht. Wir haben ihn einfach nicht gefragt für diese Session. Ja, ich meine, er war halt gerade greifbar als Special-Gast, aber ich meine, das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm, dass er jetzt nicht jeden Part dabei ist. Ja, ja. Außerdem werdet ihr ihn noch zuhören bekommen, weil er Uncharted 3 auch schon für uns aufgenommen hat und am Überlegen ist, nicht Tomb Raider für uns aufzunehmen. Ja. Also, was die Action-Adventure-Schiene angeht, da ist er voll am Produzieren. Ah, Tricell. Tricell. Die haben die BSAA geboten. Was machen die hier? Oh? Wie hieß denn nochmal der erste Animationsfilm? Ich glaube, Degeneration oder so hieß der. Genau, ich weiß, dass der zweite Damnation hieß. Genau. Und der erste muss dann Degeneration gewesen sein, ja. Ah, okay, genau. Und da kommt am Ende Tricell auch vor und erklärt so ein bisschen, woher das dann jetzt hier kommt. Aber ich meine, wirklich wissen muss man es nicht, denn im Endeffekt ist es halt wie am Umbrella. Du hast halt einfach so die böse Forschungs-Kooperation irgendwas und ja, was übliche Ding. Ja, mal öfter was Neues, ne? Ja, ja. Resident Evil hat nie wirklich sich zumindest im Story-Bereich weiterentwickelt. Ich meine, Gameplay-technisch hat sich einiges getan zum Leidwesen vieler. Ja, ja. Und jetzt bekommen wir ein Resident Evil Revelations 2, was mich grundsätzlich freut, aber dann wiederum im Episoden-Format, wo ich mir denke, hm, will ich das? Weiß ich noch nicht. Ja, kann es sein, dass das nicht für den 3DS angekündigt wurde? Ja. Ich weiß es nicht. Oh Mann, Leute. Ja, der Witz ist, weißt du, wo hat es seinen Ursprung? Auf dem 3DS und wurde dann geportet auf die anderen Konsolen. Wo kommt es jetzt nicht? Auf dem 3DS. Ja. Und dann, wodurch hat sich Revelations ausgezeichnet? Ja, genau, weil es nicht in Episoden-Form rauskam. Und jetzt versucht man irgendwie den Weg über die Episoden zu gehen. Das ist ja alles irgendwie komisch. Wobei es immerhin aufgeteilt war in Episoden. Ja. Also es macht zumindest so halbwegs Sinn, dass man sagt, okay, der Zweite ist auch in Episoden aufgeteilt. Aber ich warte da halt auch lieber auf eine Verkaufsversion, weil ich den ersten, ich mag es. Oh ja, und vor allen Dingen dann natürlich das Ding, durch die Episoden-Veröffentlichung wird es halt erst rein digital sein. Und wenn das vorbei ist, kommt dann nochmal eine Disk-Version. Und das heißt, der Disk-Käufer muss warten. Und das ist auch irgendwie doof. Ja, und das Ding ist, ich habe halt nicht so viel Platz auf meiner PS3. Und ich habe schon so viele Download-Sachen, dass ich halt konstant am Löschen und wieder neu runterladen bin. Und da brauche ich nicht noch mehr. Vor allem, wenn es halt eine Alternative gibt in Form einer Disk. Und die wurde ja angekündigt, dass sie nach dem Release aller vier Episoden, vier sollen es sein, meine ich, dann auch veröffentlicht wird auf Disk. Ich bin mal gespannt, wie lang die Episoden sind. Denn ich meine, erinnern wir uns an Walking Dead, da ist ja so eine Episode anderthalb Stunden oder so. Anderthalb bis zwei immer, ja. Ich hoffe irgendwie, dass bei Revelations ein bisschen, wenn es vier Episoden sind, die dann ein bisschen länger sind. Ja, ja. Aber wie wird dann das zusammengreifen? Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, ich weiß nicht. Irgendwie macht mir dieser gestückelte Release, das gefällt mir nicht ganz so. Ja, ja, wobei mir das generell nicht gefällt. Da bin ich nicht so der Freund von. Das Einzige, was mich halt bis jetzt sehr zufrieden stimmt, ist das Setting, die Charaktere. Und ich meine, Revelations war jetzt halt in letzter Zeit dann halt doch das bessere Resident Evil. Denn der sechste Teil, ja, ist an, gerade in der Chris-Kampagne doch sehr abgewichen von dem Kurs, auf dem er hätte fahren sollen. Zumindest meiner Meinung nach. Ja. Aber da stehe ich ja nicht alleine. Und deswegen kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass man gesagt hat, wir machen jetzt lieber erstmal in Revelations 2, bevor wir dann das große Friendships fortsetzen. Ja. Oh Mann, Gott. Weißt du was? Für unsere Filmkommentare habe ich uns vorgenommen, dass wir auch langsam in Spieleverfilmungstoritorium gehen und die Resident Evil Filme in Angriff nehmen. Oh mein Gott. Und zwar die Live-Action-Filme. Denn nächstes Jahr, nee Quatsch, 2016 glaube ich, soll die Filmreihe beendet werden. Und der letzte Shot, wer sich erinnert, aus dem letzten Teil, der veröffentlicht wurde, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, die haben ja alle ganz bescheuerte Namen, sieht man, wie Wesker und dieses Mädel, ich weiß ihren Namen schon nicht mehr, so flach ist die Figur, zusammenarbeiten müssen. Und dann im Weißen Haus sitzen und die Welt um das Weiße Haus herum völlig von Bestien übersät ist. Und ja, wir werden dazu Kommentare machen. Oh, ich bin mal gespannt. Also ich habe ja tatsächlich aus irgendeinem seltsamen Gedanken heraus die ersten vier, glaube ich, sogar auf Blu-ray gekauft, wobei ich sie nicht mal gesehen habe. Ich habe nach dem zweiten Film aufgehört, weil ich mir dachte, ich habe keinen Bock mehr, jetzt den dritten und vierten noch zu gucken. Ja, die werden ja auch nicht besser. Das ist ja das Schlimme. Nee, die werden ja immer sogar noch schlechter. Der erste, da denkt man sich so, er ist zwar sehr trashig, aber man kann ihm vielleicht noch ein bisschen was abgewinnen. Ja, und der ist halt so zumindest noch halbwegs im Universum. Aber dann guckst du den zweiten an und denkst dir echt so, nee, jetzt ist gut. Jetzt geht nicht mehr. In den dritten habe ich ja tatsächlich zwar dann nicht mehr, nicht mehr jetzt dann, wo ich mir diese Blu-ray-Collection da mal geholt habe, gesehen, aber ich wurde da mal ins Kino geschleppt und den fand ich vom Setting her grundsätzlich nicht schlecht. Das ist der in der Wüste, also der, wo alles vertrocknet ist. Ich meine, der hat vom Setting her so ein paar richtig schöne, es gibt auf jeden Fall ein paar schöne Szenen, insofern, dass die Landschaft halt wirklich nett aussieht. Aber storymäßig ist das wirklich extrem schlimm, was für einen Schritt die dann gehen. Ja, aber sie ist positiv. Ich habe nämlich dann auch vorgenommen, dass wir uns die Silent Hill-Filme auch angucken. Da soll ja ein zweites extrem schlecht sein, ich immer noch nicht gesehen habe. Ja, aber der erste soll immerhin gut sein. Ich habe den ersten auch noch nicht gesehen. Also ich habe beide nicht gesehen. Den ersten habe ich schon mehrfach gesehen und den finde ich sehr unterhaltsam. Und ja, damit wir auch mal Spieleverfilmungen in den Angriff nehmen. Weil wir können nicht nur Comicverfilmungen machen. Nicht? Nee. Bitte verlang nicht, dass wir irgendwann auch noch den Super Mario-Film gucken. Das war eigentlich meine Überraschung für deinen nächsten Geburtstag. Überraschung, ich habe dir die Blu-Ray mitgebracht. Und die musst du behalten. Oh, danke. Nein, nein. Nee, gucken wir mal. Also ich würde schon sagen, dass wir mit Resident Evil und Silent Hill auf jeden Fall auch mal anfangen sollten. Ja. Ich denke, darauf kann ich mich noch einlassen. Also ich streue mich ein bisschen davor, wenn du nachher verlangst, dass ich mir noch ganz viele Filme kaufen muss, wo ich eigentlich... den Streetfighter-Film, also den mit Van Damme und die Mortal-Comet-Filme, die alle nach... Also auch die... diese inoffizielle TV-Serie oder offizielle... Ich weiß nicht, ob das offiziell ist oder nicht. Diese Webserie, darüber könnten wir reden. Weil die fand ich... Die habe ich, glaube ich, nicht komplett gesehen, möchte ich allerdings gestehen. Aber die fand ich von den Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, ganz cool. Ja, ja. Und was gibt es noch für Verfilmungen? Wollen wir die Felix-Riot-Verfilmung machen? Ich habe nur die Bilder gesehen und dass sie die Frisuren verpasst haben. Und das sah so lächerlich aus. Ja, das stimmt. Oh Mann, oh Mann. Ja, nee, aber... Ich habe mal Bilder davon gesehen und das hat einen gewissen Unterhaltungswert gehabt von den Bildern her. Aber ich habe keine Ahnung, ob man das gucken muss, ja. Sterben wir jetzt nicht an der Stelle? Ich weiß, dass die Stelle sehr fies ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was hier abgeht. Ich erinnere mich an das Headpiece, aber ich weiß nicht mehr, was... Weil sobald du jetzt dieses Ding da drehst, kommt mir eigentlich so ein Kittensägentyp an und das wird jetzt sehr fies. Ja, guck mal mal. Nee, doch nicht. Doch, der kam doch hier, oder? Da war doch vorhin schon einer mit Kettensäge. Achso, das... Okay. Und der Witz ist, du hängst hier in der Cutscene drin. Ich kann mich hier frei bewegen. Das Spiel ist nett. Es lässt dich da vor der Tür zittern in der Cutscene, dass du dich weg kannst und ich könnte auch rumklaufen und auch die Munition einsammeln. Äh, Chris, Chris, Chris! Oh nein! Mann, die scheiß Nachlade-Animation, ja. Oh. Sie sind tot. Ja. Möchten sie fortfahren? Habe ich schon mal erwähnt, dass es dumm ist, dass du in dem Spiel nicht laufen und Dinge gleichzeitig machen kannst? Ja, das hast du mit Sicherheit erwähnt, weil das ist immer noch einer deiner Hauptkritikpunkte in dem ganzen Spiel. Das Spiel ist als Actionspiel konzipiert. Die Capcom kann scheiß überhaupt und was so wollen. Das ist ein Actionspiel. Aber mit einer Survival-Horror-Steuerung. Und das geht gar nicht. Und das ist der Grund, weshalb ich das so schrecklich finde, das Spiel. Weil Gameplay und Konzept einfach überhaupt nicht Hand in Hand gehen. Und da war gerade das perfekte Beispiel dafür. Ähm, ja. Hätte ich Resident Evil 4 gespielt, wäre der Kettensägen-Typ sehr viel langsamer gewesen. und ich hätte nach der Lade-Sequenz noch weggehen können. Aber weil dieses Spiel ja schnell und viele Gegner und viel zu starke Gegner haben muss, bin ich gerade gestorben. Und ich habe vier vorhin nochmal gespielt tatsächlich. Ich kann das bezeugen, dass die Kettensägen-Leute da auf normal sehr viel langsamer sind als hier. So, aber wir wissen ja, was passiert. Also deswegen werden wir jetzt hier triumphierend hervorgehen. Ja, hoffen wir es. Es ist wünschenswert. Ich glaube, du bleibst auch diesmal stehen. Ich meine schon, dass wir ja gesagt haben, ich bleibe einfach zurück. So muss nur einer gucken, dass er den dann umgehen kann. Weil du musst ihn ja reinkommen. Ja, ich glaube, ich hatte gesagt, ich renne dann schnell raus, sobald er hier drin ist in dem Käfig. Weil man hat es ja vorhin gesehen, ich kann da nicht runterspringen. Genau. Da, siehste. Und ja, dass nur einer drin ist und ich dann versuche rauszurennen. Es ist auch witzig, dass die Sequenz bei uns so ein bisschen anders ist und dass du die halt, wie gesagt, voll dir angucken musst. Ja, aber das ist auch eine der ganz wenigen Sequenzen, wo das passiert. Ich finde es komisch, dass sie das nicht öfter gemacht haben. Vor allen Dingen, dass ich sogar in der Sequenz schon auf ihn draufschießen konnte, während du dann noch festgefroren bist. Ja. Das ist einfach herrlich, sich das anzugucken. Oh Gott. So, jetzt bringt mir das gar nichts mehr, dass ich da oben stehe, weil jetzt ist er irgendwo unter dem ganzen Gedönse. Jetzt muss ich mal gucken, wo der jetzt geblieben ist. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Wo ist er denn hin? Da habe ich dich gefunden. Ah ja, und da verflögt er dich. Wieso kann der da hochspringen, bitte? Ist er der Hauptkranker aus dem neuen Herr der Ringe Spiel? Weil der springt ja auch 20 Meter hoch. Ja. Aber bei Assassin's Creed Unity haben die ja auch die Sprungdistanzen erweitert, dass man viel weiter und höher springen kann. Wirklich? Ja. Habe ich gelesen, die wollen damit, dass sich das flüssiger anfühlt, wie man durch die Stadt klettert, damit jetzt das halt im Endeffekt noch vereinfacht wurde. Anstatt die Level einfach so zu programmieren, dass das... Naja, okay. Wie sprechen die von Ubisoft? Ja, ich habe so ein Developer-Video gesehen, wo das dann auch gezeigt wird. Und es ist krass, wie du jetzt Gebäude hochklettern kannst. Also du brauchst überhaupt dir jetzt keine Gedanken mehr zu machen, deinen richtigen Weg zu finden. Du kannst eigentlich fast jede Distanz irgendwie überspringen. Das ist heftig. Ich weiß, das ist ja nicht so, als wäre die Spielreihe nicht schon so einfach genug. Stattdessen, anstatt ein bisschen mehr Challenge reinzubringen, nehmen sie noch mehr Challenge raus. Das ist Ubisoft. Ja, das nennt sich Streamliming. War das nicht auch letztens, wo hier der Final Fantasy... Einer der Final Fantasy... Ja, der von 15 hat gesagt, wir haben das Kampfsystem vereinfacht. Man muss jetzt nur einen Knopf drücken und der macht alles. Ja, genau. Wo ich mir auch gedacht habe, super, dann brauche ich es eigentlich gar nicht spielen. Ich drücke einfach immer nur den Knopf und dann bin ich automatisch durch. Ja. Das ist... Gab es hier nicht bei den Mario-Spielen, dass wenn du fünf- oder sechsmal gestorben bist, dass du dir die Sequenz dann da durchspielen lassen kannst? Das für Final Fantasy praktisch. Das die nicht lernen, die Japaner. Weißt du, Resident Evil 6, wo wir hier gerade bei der Franchise sind und bevor der Part jetzt hier zu Ende geht, Resident Evil 6 hat perfekt gezeigt, dass, wenn man versucht, das allen recht zu machen, das völlig in die Hose geht. Konzentriert euch lieber auf eine Gruppe und versorgt die dann aber richtig. Und dann klappt es auch wieder. Aber gut, das wird jetzt mit Final Fantasy 15. Da sehe ich es nicht, aber da sehe ich es mehr als im nächsten Watch Dogs und in Assassin's Creed Unity 2. Brotherhood Revelations. Oder the Revelation of the Brotherhood. Schöne Schlussworte.